Ich war 14 Jahre alt, so jung wie das Jahrhundert. Nie zuvor habe ich im Pol gewesen, der Heimstatt meiner Familie. Doch ausgerechnet jetzt traf ich auf diesen Abgrund als Ort, Zeit und Gefahr, dem niemand von uns entrinnen sollte. Ich will nicht, dass Oda ihn nimmt. Wir machen das ganz vorsichtig. Das ist das Gehirn eines Verbrechers. Und hier? Die Kugel? Sie treffe einen schlechten Menschen. Seid ihr alle glücklich? Du wirst auch noch glücklich werden. Wer auch immer sie sind, ich werde sie nicht verraten. Du bist ein Kind, oder? Ich bin dein Kind. Es war die kürzeste Woche in meinem Leben. Aber die längste Woche im Leben meines Vaters. Da kannst du noch so viele Köpfe aufsehen, dass keine Ahnung, was den Menschen ausmacht. Leute wie Sie verursachen eine Revolution. Ich bringe Sie hier in Gefahr. Bo, denk daran. Der Tod ist wie ein Kern. Es nützt dir keine Flucht. Er lebt in dir wie in der süßen Frucht. Kannst du dich mit? Sie haben in meinem Tagebuch gelesen. Man darf nicht in fremden Tagebüchern lesen. Ich bin Anarchist. Anarchist darf alles. Beheilashin. Letz liczatiebüchern als ein Gerhard. Vielen Dank.